Schaut man jetzt aber bei euch so mal in SimilarWeb rein, dann werden da 30 Millionen User geschätzt und fast 90% davon eigentlich aus Direct Traffic. Wenn ich mir Systrix anschaue, dann komme ich da irgendwie auf 2 Millionen, die geschätzt werden an SEO Traffic. Wie viel Abhängigkeit gibt es überhaupt noch zu SEO und gab es die jemals? Früher habe ich mich immer sehr darüber gefreut und wenn man mit jemandem darüber geredet hat, habe ich immer groß und gerne darüber erzählt, wie wenig wir von Google abhängig sind. Inzwischen ist mir natürlich bewusst, dass wir eigentlich da eine riesen Opportunity eigentlich auf der Straße liegen lassen. Google ist definitiv unser größter externer Traffic Lieferant, aber ja, so gesehen kann man sagen, sind wir eigentlich relativ unabhängig von Google. Aber für uns sind Pay Channel praktisch unmöglich zu nutzen, da halt der Revenue per User so, so, so viel niedriger ist als jetzt bei einem Idealo Check24 oder sowas. Dementsprechend ist SEO für uns tatsächlich die wichtigste Kundenakquisitionsquelle.